Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ach, jetzt kann ich von oben da lang oder wo? Ah, jetzt bin ich überlegen. Topredjäger stand. Perfekt. Komm, ich setz' den noch mal an. Scheiße, ich bin. Okay. Eh, ich bin da, oh. Woah, das ist okay. Ah. 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 Hallo, wechseln. Perfekt. Gut, er hat schonmal... viel mehr... mehr als die Hälfte abgezogen bekommen. Oh nein... What? WTF? Ja, ist er. My friend is great. Okay... Und wir jetzt nachher noch... Wie ist er denn nach... Oh, umgekommen. Ist ja unlogisch. Bist du so dumm? Luke! Du musst mir helfen. Ja, du kannst ja das blöde nicht. Stimmt dieses Mal was sein. Oh... Musst du immer rüber gehen? Äh... So... Noch drei Herzen, dann haben wir ihn. Besiegt! Zwei Herzen noch. Äh, wo bist du Luke? Luke, komm her! Ein einziges Herzen. The final battle beginn. Parata, you are dead. You will see the dead story. I am. ите sein Sie bedankt... ... Immerhin hat er neues Flugzeug bekommen. Ist doch auch schon was. So, Kapitel 6. Ich denke mal, Zerstörung des Todessterns. Oder in den Todesstern. So, dieses Level besteht eigentlich nur aus, natürlich, Baumpfaden. Das ist die ganze rebellianische Flotte, wenn man so sagen darf. Und das Ziel ist mit dem Falken, glaube ich. Ja, genau. Und bei anderen Hilfstruppen alles zu zerstören. Also, in den Todesstern reinzugehen oder BAM BAM BUM! Eigentlich war das ja, bevor der Imperator gestorben ist, ne? Die Flotte. So, zuerst einmal die zersichtenden Todessterns. Sondern, weißt du nicht, wenn man kaputt kommt. Sondern, einfach, irgendwas machen. So, die Woche haben super Torpedos. Und die werden für Leute auch, ne? Jetzt kriegst du dich da mal die Schütze. Okay, ich bin schon mal die Schütze. Ah! Ah! Der, der Kollege. Jetzt wär auch nicht richtig gewesen. Nein! Wie dumm. Wie sind das? So, da, da. Ah doch! Ah, da! Ah! Und... Tschüss! Nein! Nein! Wie war der denn? Mann, hört mal! Okay, da war aber wirklich gut. So, mal sehen. Ich calendar aus. Ich halte mich. Ich halte mich zu dem. Ich halte mich. Mann, das ist die Ezung. Naja, da muss doch mal einer kommen. Ist nicht was da. Boah. Was? Da waren nur zwei. Oh, die haben auch noch einen. Jawohl, ne? Oh nein. Was ist das hier noch einer? Sonst gehts doch fort. Okay, wo ist dran hier? Feuer. Oh ja. Die Zeit wird jetzt verschieben. Komm her. Ein Rollstuhl ist noch da. Hier ist noch einer Rollstuhl. Ein Rollstuhl ist noch da. Das ist auch der Rollstuhl. Da vorne ist noch ein 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 Rollstuhl. Ah. Der Rollstuhl bleibt noch hier. Ich will sehen. Ich glaube, der Rollstuhl bleibt. Da vorne ist noch ein Rollstuhl. Ich habe gerade noch eingesehen. So, der letzte, wirklich jetzt, der allerletzte Vollzeit, werde ich jetzt in die Luft spreche und stirbt. Und jetzt geht's in den Todeschläger. Okay, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Da. 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 Oh, ich bin echt schön.